Mein Name ist Jennifer Kirschbaum, ich arbeite hier in Solingen im House of Life. Das ist eine Pflegeeinrichtung für pflegebedürftige Erwachsene zwischen 18 und 60 Jahren. Die haben eine ganz besonders schwierige Situation, weil sie halt mitten aus dem Leben gerissen wurden durch unterschiedliche Erkrankungen. Ich heiße Katrin Assenheimer, bin 48 Jahre alt, Mutter von drei Kindern, gedarnte Hotelfahrfrau und wegen drei schweren Schlaganfällen bin ich hier im House of Life. Wird da super versorgt und das ist natürlich klasse. Das Stegepersonal ist sehr freundlich und hilfsbereit. Mit den meisten bin ich auch bei Du. Also ich habe schon oft gesagt, wenn ich hier nicht wäre, wären vom Personal doch sicherlich ein paar meine Freundinnen geworden. Die Fernsehlotterie hat unser House of Life mit 300.000 Euro unterstützt. Das finde ich unheimlich toll. Unser Haus ist ein ganz besonderes Haus. Es gibt nicht viele Einrichtungen dieser Art und deswegen ist das sehr sinnvoll. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Entdecken Sie das wunderschöne Saarland. Am Bostalsee erwartet Sie das Vier-Sterne-Viktors-Seehotel Weingärtner mit familiärem Charme und persönlichem Service. Den einwöchigen Aufenthalt zu zweit gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 92 16 828. Einen Mini Cooper Cabrio gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 1209 085. Genießen Sie entspannende Momente im Fünf-Sterne-Hotel Dollenberg. Eine Wellnesswoche für zwei Personen in der Ortenau im Schwarzwald gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 03 78 707. Einen Mini Cooper Countryman gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 18 12 489. Und 100.000 Euro gewinnt das Losnummer mit den Endziffern 88 42 372. Und kurz vor der Tagesschau geht's weiter. Vielen Dank fürs Mitspielen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.